Häufige Probleme und Lösungen für Xiaomi Poco X4 NFC Problem mit hohem Batterieverbrauch bei Xiaomi Poco X4 NFC So beheben Sie das Problem mit dem Akku des Telefons. Im Fall von Xiaomi Poco X4 NFC erhalten Sie einen erstklassigen Prozessor, der problemlos jedes Multitasking, lange Gaming-Sessions und starke Beanspruchung auf sehr reibungslose Weise bewältigen kann. Die leistungshungrigen Kerne benötigen eine enorme Menge Batteriesaft, um erstklassige Ergebnisse zu liefern, was letztendlich zu einer schnelleren Batterieentladung führt. Möglicherweise haben Sie dies auch in Ihrer Benutzererfahrung bemerkt, da das Telefon nicht länger als 5 Stunden Bildschirmzeit lebt. Es gibt einige andere Fälle, in denen das ursprüngliche Xiaomi-Ladegerät nicht verwendet wird. Hier erfahren Sie, wie Sie das Problem mit dem schnellen Batterieverbrauch auf Xiaomi Poco X4 NFC beheben können. Wie kann der Xiaomi Poco X4 NFC Akku schnell entladen werden? Gehen Sie zu Einstellungen Akku vollständige Gerätnutzung anzeigen, um die Bildschirmzeit zu überprüfen. Deaktivieren Sie die automatische Herrlichkeitsfunktion im Einstellungsmenü. Öffnen Sie Einstellungen Anwendungen Deaktivieren Sie Benachrichtigung über nutzlose Anwendungen Anzeigen. Deaktivieren Sie Wi-Fi, Bluetooth, GPS und mobile Hotspot. Reduzieren Sie die Bildschirmzeit auf weniger als eine Minute. Suchen Sie nach offiziellen Software-Updates. Überladen Sie das Telefon nicht. Der Bildschirm hängt und reagiert nicht auf Xiaomi Poco X4 NFC. Beheben Sie das Problem mit dem Telefonbildschirm. Ich habe das Xiaomi Poco X4 NFC für eine reibungslose Benutzererfahrung und eine reibungslose Berührungsreaktion gekauft. Aber manchmal werden Sie feststellen, dass der Bildschirm hängen bleibt und sich nach ein paar Wischbewegungen nicht bewegt. Es ist möglich, dass der Bildschirm beschädigt wurde, weshalb Sie auf dem Bildschirm nicht mehr reagieren. Versuchen Sie in diesem Fall, das Produkt ersetzen zu lassen, oder fordern Sie eine Rückerstattung an, wenn sich das Gerät in der Garantiezeit befindet. Aber bevor wir uns mit all diesem Ärger befassen, versuchen wir einige Tricks, um das Problem mit der Bildschirmreaktion zu beheben. Wie behebt man, dass Xiaomi Poco X4 NFC immer wieder einfriert? Starten Sie Ihr Telefon einfach neu, indem Sie die Ein-Aus-Taste verwenden. Sie können Ihr Telefon auch im abgesicherten Modus starten. Installieren Sie die Display-Tester-App, um Ihren Bildschirm richtig zu überprüfen. Der letzte Schritt wäre, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Xiaomi Poco X4 NFC bleibt beim Startbildschirm hängen. Beheben Sie das Problem mit der Bootschleife des Telefons. Es ist sehr ungewöhnlich, dass Ihr Telefon auf dem Startbildschirm hängen bleibt. Dies ist wahrscheinlich aus den folgenden zwei Gründen der Fall. Erstens, wenn das Gerät einige Fehler aufweist, die das Problem verursachen. Im zweiten Fall habe ich versucht, den Bootloader zum Flaschen eines benutzerdefinierten Rooms zu entsperren. Der Bootloader wird jedoch nicht präzise entsperrt. Im Allgemeinen ist dieses Problem als Bootloop bekannt und erfordert die Hilfe eines erfahrenen Technikers. Häufige Probleme im Zusammenhang mit dem Samsung Galaxy R32 Wenn dies also der zweite Fall ist, empfehlen wir Ihnen dringend, sich an einen Fachmann zu wenden, um dieses Problem zu lösen. Wie behebt man das Feststecken von Xiaomi Poco X4 NFC auf dem Startbildschirm? Drücken Sie lange die Ein-Aus-Taste plus Lauter-Taste, um das Telefon auszuschalten, und schalten Sie es dann wieder ein. Zweitens können Sie versuchen, in den abgesicherten Modus zu booten. Aktualisieren Sie auf das neueste Firmware-Update Löschen Sie die Cache-Partition des Telefons Löschen Sie alle Daten mit Hard Reset Besuchen Sie das nächstgelegene Xiaomi Care Center Xiaomi Poco X4 NFC Überhitzungsproblem Beheben Sie das Problem mit der Telefonheizung Überhitzungsprobleme können aus verschiedenen Gründen auftreten Das häufigste Szenario ist jedoch, dass Sie das Gerät überladen haben oder einige Stunden lang Spiele gespielt haben Abgesehen davon gibt es einige Benutzer, die Hitze auf der Rückseite bemerken Hier sind die folgenden Tricks, mit denen Sie Erwärmungsprobleme auf Ihrem Xiaomi Poco X4 NFC ganz einfach vermeiden können Wie behebt man das Problem mit der Erwärmung des Xiaomi Poco X4 NFC? Überladen Sie das Gerät nicht und verwenden Sie das Originalladegerät von Xiaomi Sie können das System neu starten, indem Sie auf Neustart fortsetzen klicken Deaktivieren Sie WiFi, GPS-Standort und Bluetooth, wenn Sie nicht benötigt werden Schließen Sie alle unnötigen Hintergrund-Apps Schließlich können Sie nach einem System-Update suchen Problem beim Verbinden mit WiFi auf dem Xiaomi Poco X4 NFC-Telefon Beheben Sie das WLAN-Problem im Telefon Heutzutage ist das Internet so ein fester Bestandteil unseres Lebens geworden, dass wir nicht einmal ohne es leben können Außerdem erhalten Sie verschiedene Informationen und erstaunliche Memes, die Ihren Tag verschönern werden Aber aus irgendeinem Grund kann das Telefon keine Verbindung zum WLAN herstellen In diesem Fall können Sie zu den Quick-Fix-Optionen für die NFC-WLAN-Verbindung des Xiaomi Poco X4 gehen Hier sind die Wege Wie behebt man das Xiaomi Poco X4 NFC-Wi-Fi-Problem? Starten Sie das System neu, um die Verbindungseinstellungen zu aktualisieren Stellen Sie sicher, dass Sie sich in WLAN-Reichweite befinden Vergessen Sie Ihr WLAN und verbinden Sie es erneut Ändern Sie es, wenn es ein Problem mit dem Router oder Modem gibt Überprüfen Sie das WLAN-Verbindungskabel sorgfältig Schließlich können Sie versuchen, die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen Wie behebt man, dass Xiaomi Poco X4 NFC die Verbindung zum WLAN immer wieder trennt? Wenn das Wi-Fi auch nach dem Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen immer noch getrennt wird, können Sie die nächste Methode ausprobieren Halten Sie WLAN-Optionen gedrückt Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen für das bevorzugte Netzwerk Wählen Sie weitere Optionen Anzeigen aus Ändern Sie die IP-Einstellungen von DHCP auf Statisch Versuchen Sie schließlich, sich wieder mit Ihrem bevorzugten Netzwerk zu verbinden Apps aus dem Google Play Store werden nicht in Xiaomi Poco X4 NFC heruntergeladen Beheben Sie Probleme beim Herunterladen von Apps aus dem Play Store Im Allgemeinen werden Sie keine Schwierigkeiten beim Aktualisieren und Installieren von Anwendungen über den Google Play Store haben Wenn Sie jedoch während des Installations- oder Aktualisierungsvorgangs eine Fehlerbehebung erhalten, bietet der nächste Abschnitt schnelle Lösungen Also, ohne weitere Umschweife, fangen wir an Wie behebt man das Problem, dass Xiaomi Poco X4 NFC keine Apps im Google Play Store installiert oder aktualisiert? Überprüfen Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung Starten Sie das Gerät neu, um dieses Problem zu beheben Gehen Sie zu Einstellungen Anwendungen Google Play Store Speicherdaten löschen und Cache lehren Wenn der obige Schritt nicht funktioniert, erzwingen Sie das Stoppen der Google Play Store App Einstellungen Allgemeine Verwaltung Datum und Uhrzeit Automatisches Datum und Uhrzeit aktivieren Überprüfen Sie, ob das Gerät über genügend internen Speicherplatz verfügt Entfernen Sie alle Google-Konten und melden Sie sich mit Ihrem primären Gmail-Konto an Bluetooth-Probleme auf Xiaomi Poco X4 NFC Beheben Sie das Bluetooth-Problem des Telefons Früher war Bluetooth die einzige Möglichkeit, Daten drahtlos zu übertragen Heutzutage dient Bluetooth jedoch hauptsächlich dazu, verschiedene Geräte zu verbinden Obwohl es ein häufiges Problem ist, Bluetooth nicht mit einem neuen Gerät zu verbinden Sie müssen sich keine Sorgen machen, denn wir haben alle Tricks behandelt, die Ihnen helfen Bluetooth auf sehr einfache Weise mit Xiaomi Poco X4 NFC zu verbinden Wie behebt man das Bluetooth-Pairing-Problem auf Xiaomi Poco X4 NFC? Schieben Sie die Benachrichtigungsleiste nach unten Schalten Sie Bluetooth aus und verbinden Sie es erneut Aktivieren Sie den Flugmodus über das Benachrichtigungsfeld und schalten Sie ihn aus Starten Sie Ihr Xiaomi Poco X4 NFC einmal neu Entkoppeln Sie das Gerät und suchen Sie erneut nach dem Gerät Gehen Sie zu Einstellungen Anwendungen Filteroptionen System-Apps anzeigen Aktivieren Bluetooth Speicher Cache leeren Überprüfen Sie, ob das Gerät mit Ihrem Telefon kompatibel ist Versuchen Sie, eine Verbindung zu einem anderen Smartphone oder Bluetooth-Gerät herzustellen Sie können auch versuchen, die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen Aktualisieren Sie auf das neueste Firmware-Update Textnachrichten werden in Xiaomi Poco X4 NFC nicht gesendet Das Problem mit der telefonischen Nachricht wurde behoben Das Android-Ökosystem bietet viele Anwendungen, über die Sie problemlos mit Ihren Lieben kommunizieren können Verwandte häufige Probleme bei Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Außerdem können Sie ein Gespräch mit Ihren Freunden und Ihrer Familie beginnen Aber aus irgendeinem Grund wird die Textnachricht, SMS, nicht an den Kontakt gesendet oder Sie erhalten eine Fehlerbehebung Befolgen Sie in diesem Fall diese Anleitung Wie behebt man, dass Xiaomi Poco X4 NFC keine Textnachrichten, SMS, senden kann? Starten Sie zuerst Ihr Gerät neu Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig eingelegt ist Überprüfen Sie Ihre Mobilfunknetzverbindung Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilfunkanbieter einen ausgehenden SMS-Dienst hat Drücken Sie lange auf die Nachrichten-App Tippen Sie auf Stopp erzwingen Löschen Sie die Daten und den Cache der Nachrichten-App Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen zurück, um einfach Textnachrichten zu senden Wenn der obige Trick nicht funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter So löschen Sie den Cache und die Daten der Nachrichten-App Halten Sie die Nachrichten-App gedrückt Klicken Sie auf Anwendungsinformationen Tippen Sie auf Speichercache löschen und Daten löschen Netzwerkproblem in Xiaomi Poco X4 NFC Beheben Sie das Problem mit dem Telefonnetz Es ist ein sehr häufiges Problem, dass das Xiaomi Poco X4 NFC kein Netzwerk anzeigt, zum Beispiel kein Netzwerk oder SIM-Karte nicht registriert In diesem Fall können Sie die folgenden Schritte überprüfen Wie behebt man, dass das Internet auf Xiaomi Poco X4 NFC nicht funktioniert? Starten Sie Ihr Xiaomi Poco X4 NFC Smartphone neu Setzen Sie die SIM-Karte erneut ein, um Netzwerke von Grund auf neu zu aktivieren Aktivieren und deaktivieren Sie den Flugmodus, um die Netzwerkverbindung für einige Sekunden einzuschränken Wechseln Sie in den abgesicherten Modus, um den Zugriff von Drittanbieter-Apps zu vermeiden Setzen Sie die Netzwerkverbindungseinstellungen zurück Hier sind einige erweiterte Optionen Erster überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen des Geräts Öffnen Sie die Einstellungen-App Netzwerk und Internet-Mobilfunknetz Erweitert Netzwerk automatisch auswählen suchen und aktivieren Zweiter deaktivieren Sie den Roaming-Modus Gehen Sie zum Einstellungsmenü Tippen Sie auf Netzwerk und Internet-Mobilfunknetz Deaktivieren Sie die Option Roaming Probleme mit der Xiaomi Poco X4 NFC Kamera Beheben Sie das Problem mit der Telefonkamera Manchmal funktioniert die Kamera-App nicht und bleibt auf dem Bildschirm der Kamera-App hängen und nimmt keine Bilder auf Darüber hinaus gibt es Störungen in der nativen Kamera-App, während Sie die Momente Ihres Lebens festhalten Abgesehen davon können Kameraprobleme auch aufgrund von Fehlerproblemen auftreten In dieser Szene empfehlen wir Ihnen, dem Lösungsabschnitt zu folgen Wie behebt man Kameraprobleme auf Xiaomi Poco X4 NFC? Gehen Sie zum Setup-Menü Wählen Sie Anwendung verwalten Suchen Sie die Kamera-App Gehen Sie zur Speicher-Option Tippen Sie auf Cache löschen und Daten löschen Gehen Sie zurück und klicken Sie auf Stopp erzwingen Suchen Sie nach dem neuesten Android-Update Setzen Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurück Xiaomi Poco X4 NFC ist plötzlich ausgeschaltet und lässt sich nicht einschalten Das Problem tritt normalerweise auf, wenn die Firmware einen Fehler oder Malware enthält Es kann auch passieren, wenn die inneren Teile des Smartphones beschädigt sind Im schlimmsten Fall müssen Sie Ihr Gerät zum nächsten Service-Center bringen, um das Xiaomi Poco X4 NFC wieder zum Laufen zu bringen Wie behebt man, dass sich Xiaomi Poco X4 NFC immer wieder zufällig ausschaltet? Überprüfen Sie, ob das Telefon physische oder flüssige Schäden aufweist w Enden Sie Force Restart an, indem Sie die Leiser Plus ein Austaste gedrückt halten Wenn das nicht funktioniert, schließen Sie das Gerät an, um es aufzuladen, und versuchen Sie dann einen erzwungenen Neustart Wenn es sich um einen physischen oder Software-Schaden handelt, empfehlen wir Ihnen, so schnell wie möglich einen Fachmann aufzusuchen Xiaomi Poco X4 NFC startet immer wieder neu Beheben Sie das Problem, dass das Telefon immer wieder neu gestartet wird Das Xiaomi Poco X4 NFC ist ein anständiges Smartphone und das Unternehmen leistet großartige Arbeit und bietet großartige Funktionen Wenn Ihr Gerät jedoch immer wieder neu gestartet wird, liegt dies höchstwahrscheinlich an der Firmware oder den UI-Einstellungen Wenn sich das Gerät in der Garantiezeit befindet, empfehlen wir Ihnen, Ihr Gerät so schnell wie möglich auszutauschen Aber vorher können Sie versuchen, dieses Problem zu lösen, indem Sie die Anleitung verwenden Vielen Dank! Vielen Dank.